Wir sollten so beginnen, wir singen die Freiheit, wir singen die Möglichkeiten, wir singen das Land, den Staat, die Ansammlung, die Ausbreitung, die Einsamkeit, die Hoffnung. Es ist das Lied der vielen, der sehr vielen. Es ist das Lied des Schwarms und ich bin ein Teil des Schwarms und du bist ein Teil des Schwarms. Gesichter, 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 Gesichter. Das kann sein, als Mechaniker Schrauben gelockert oder irgendwas in die eigene Tasche gewirtschaftet. Hast du einen Beichtstuhl eingerichtet für diese Belange? Darf ich hinein? Ja, darf ich bitten zum Beichtstuhl? Ja, danke. Dieses Büchlein mit Geschichten über Sabotage, Verweigerung, Betrug, Schabernack am Arbeitsplatz. Welche Branche ist es diesmal? Schuhverkäuferin. Schuhverkäuferin, wunderbar. Darf ich Sie im Beichtstuhl bitten? Fühlst du dich jetzt leichter? Um einiges. Alle bisherigen Bechatschka-Nights waren völlig ohne thematischer Vorgabe. Heute gibt es dieses Motto, frei von Schulden, eine ganz einfache, ganz simple Regel zu entwickeln. Nämlich 20 Folien a 20 Sekunden. Aus dem heraus ist die Marke Bechatschka Night weltweit entstanden. Besonders die zarten Knaben, die Heimweh hatten und wenig Rückhalt von zu Hause oder von weit weg waren, selten besucht wurden, waren sowohl bevorzugte Gewaltopfer als auch bevorzugte Missbrauchsopfer. Böken, Böken, Böken. Es gibt kein Geld, das nicht ein Schuldgeld ist. Money is what money does. Wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte über Gerechtigkeit und Fairness. Das größte Manko der Menschen ist einfach unsere Unfähigkeit, die Exponentialkurve zu verstehen. Das ist Tumor und Krebs. Und heute stehen wir vor dem Abgrund und morgen sind wir einen entscheidenden Schritt weiter. Ich würde so weit gehen, dass was jetzt anstehen könnte, das könnte münden so etwas wie einen sozialen Krieg gegen die Armen, nicht nur in Griechenland, sondern gegen die Armen in ganz Europa. Also das erste, was man feststellt, das ist, dass die Schulden ein Vorwand geworden sind, um Sparpläne da aufzuzwingen. Schulden werden auf den Staat abgewälzt und somit auf die Menschen in einem Staat. Muss man eigentlich wirklich unbedingt diese Schulden zahlen? Das sind handfeste Interessen von denen, die Vermögen haben und zwar im großen Stil. Das heißt, wir sehen einen Regulierungsversagen und auch ein massives Verteilungsproblem. Was tue ich mit dem Geld als Reicher, wenn ich schon vier Maserate habe und eine Ferrari, dann geht's ins Casino. Dieses System ist in dieser Form nicht mehr zu retten. Also ich habe mich mal gefragt, ob man Kapitalismus nicht überhaupt als Symptom einer Geisteskrankheit sehen könnte. Wir brauchen keine Doktoren am Krankenbett des Kapitalismus, wir brauchen Totengräber. Ich bin auch ganz aufgeregt von Ihren Fragen. Und selten wird über Systeme, über Kapitalismus so gesprochen. Schulden sind auch ein Instrument, um ein Volk zum Bändigen zu beherrschen. Und wie kann man eben zum Fall des Kapitalismus kommen? Einfach durch Kampf. Mobilisierung der Bevölkerung. Und jetzt kommen wir zu den Strategien. Ja. Wieso warten wir dann auch? Wer bekommt das ganze Geld von irgendwem? Der sein ganzes Geld, das er in Händen hält, für sich behält. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Dead-Alive-Prophy-Slam hier in Salzburg im Rahmen des Open Mind-Festivals. Ihr hockt in euren Prader-Westen, verstockt in euren Glaspalästen und schreibt euch übers Fensterkreuz RIP, Residence in Peace. Der Text heißt Rufmord oder Österreich, du Opfer. Nee, ich hatte nie etwas mit Gas zu tun. Der Riesen Schaunstein. Und da sagt, hörst du zu mir? Ja, sagte er. Da ist Kapazität 10.000. Lernen Sie, verehrtes Österreich, dass Sie kein Opfer sind. Lernen Sie, dass die Kronenzeitung die meistverkaufte Zeitung Österreichs ist und immer noch mit Titeln wie Beinamputierte auf freiem Fuß gelesen wird. Aber du kannst ja nichts dafür. Mein Land am Strom. Du bist ja das Opfer. Wir sind unser eigener Ameisen-Mann. Ameisen können das 1.000-Millionen-Tausend-Millionen-Fache ihres eigenen Körpergewichts tragen und bauen nichts als hässliche Haufen. Einfach, weil's alle machen. Drei, zwei, eins, hoch! Sabine mit einer glatten 9! 9,0 Punkte! Hooray! Der Sieger heute Abend, Julian Hoy! Wir haben jede Woche Kundgebungen vor den Geschäften von Kleiderbau abgehalten. Die verdeckte Ermittlerin mit dem erfundenen Namen Daniel Durand war auf Antrag der Soko im April 2007 unauffällig in den Verein gegen Tierfabriken eingeschleust worden. Insgesamt soll es über 100 Observationen gegeben haben. Durchgeführt wurden die Observationen von eigenen Observationsteams des Bundeskriminalamts. 19.01. Zielperson 7 verlässt mit einer Pizzaschachtel die Pizzerie und geht statt einwärts. Was man in den Berichten allerdings vergeblich sucht, irgendwelche Hinweise auf Beteiligung an Straftaten durch die Aktivisten und Aktivistinnen, in deren engsten Kreis sich die verdeckte Ermittlerin über 16 Monate hindurch aufhielt. Wer sich in Zeiten von Organisationsparagrafen emanzipatorisch betätigt, läuft Gefahr, sich in der Frage nach Schuld oder Unschuld zu verfangen. Denn die Gesetze, nach denen zwischen Schuld und Unschuld unterschieden wird, tragen dieselbe Handschrift wie jene, die die Zustände, gegen die angekämpft wird, erst ermöglicht haben. Ein Grund mehr, dem eigenen Widerstand jeden Tag aufs neue Ausdruck zu verleihen. Ich habe einen Workshop gehalten für Musikerinnen und Musiker, Komponistinnen und Komponisten. Ich habe Hilfestellungen angeboten und Informationen für den Bereich, den Musikerinnen und Musiker eigentlich normalerweise wegblenden, weil das der zweite Teil ihres Lebens ist, also alles abseits ihrer kreativen Arbeit. Aber ich glaube, dass es im Musikgeschäft sehr viele dunkle Seiten gibt. Und die Schuldigen sind immer auf der Gegenseite der Kreativen. Und die Schuldigen sind immer auf der Gegend. Mir geht es natürlich zuvorderst darum, dass ich nicht ins Gefängnis muss. Ja, das ist ein scheiß Ansatz. Beim Laufen kann ich besser denken, beim Autofahren kann ich besser komponieren. Und das ist ja ... Eigentlich muss ich nur das dem Gericht plausibel machen. Weil das ist einfach ein Arbeitsmittel. Schwarz, Rot, Gold ist das System. Morgen wird es untergehen. Eins ist klar, du musst dein Leben ändern. Ja. Das ist ganz klar. Deswegen trinke ich erstmal einen Jägermeister. Ich werde wahrscheinlich mein ganzes Leben lang mit Gefängnissen zu tun haben. Ich kann dich mit meinen Augen sagen. In einem normalen oder in einem herkömmlichen Worttheater könnte man das gar nicht so versammeln. als hier, wo man von einer Station zur anderen flanieren kann, wo immer wieder der Schuldbegriff anders behandelt wird. Aber es ist einfach eine praktische Form, ein ganzes Haus, also in dem Fall die Arge, derart zu definieren. Er kommt dann in die Inszenierung, in den Hauptsaal. Vorher wird er empfangen von einer sehr netten Dame, die ihn schon billig entschuldet durch Schuldentausch. Dann flaniert er vorbei an der Schuld-Schund-Bibliothek mit lauter Groschen-Romanen. Aber es gibt auch ernste Literatur, wie die Bekenntnisse von NS-Verbrechern wie Keitel, sei es Ingward, die zwischendurch auch vorgelesen werden. Hier geht es ja auch um einen lustvollen Umgang mit Schuld. Wie kann man eigentlich Schuldgewinnler sein? So wie es halt Kriegsgewinnler gibt oder irgendwo auch Spaß daran finden, beschuldigt zu werden. Da, wo es interessant wird, hört es ja auf. Es wird beschuldigt und am nächsten Tag wird die Beschuldigung wiederholt und dann wird sie wieder wiederholt. Und es dreht sich dann immer wieder darum, du bist schuld. Dort ist ein Wald von Schildern um dieses Mahnmal, um dieses Holocaust-Mahnmal. Und wenn man sich dann jetzt hier drauf liegt, kann man eigentlich ganz gut nachempfinden, die Schuld, die man sich dadurch auf sich lädt. Geht dann einfach zur nächsten Station, das ist eben der Sinn eines Stationentheaters, dass man dann da in diesen Trog steigt und sich selber Asche aufs Haupt wirft oder streut. Und schon ist man wieder einschuldet und entschuldigt. Die Entscheidungswippe, schuldig, unschuldig, das ist gegen die Dicken. Und da wird man unten gesteinigt für Rauchen und hier verlieren einfach die Dicken. Meine Entschuldigung für dieses Stück. Puh. Ups. Ich sag fast nie Entschuldigung, ja. Das ist meine Entschuldigung. Du bist du nicht überraschend, aber niemals denn die Stimme unter mir in den Ringgelieb, bestimmt in Exponaten. Stop! Dies ist kein Bies. Dies ist kein Top. Keine Minderbär, ich kreit kein Komplott. Dies ist kein Beat. Dies ist kein Luf. Keine Kälte singen, wenn auch klingeln so nen Hut. Dies ist kein Beat. Wissker-Sport. Überall die heute aus den Sport. Drops. Dies ist kein Spiel. Spüle mit Gott. Aufs Gehalt, wo es leitlos ist. Dies ist kein Bies. Dies ist kein Top. Keine Minderbär, ich kreit kein Komplott. Dies ist kein Beat. Dies ist kein Luf. Keine keine sehen, wir noch fliegen so'n'hut Missingabrieb, Biscuit-Spott Ruh, neul, doch sich spotten Drops, Biscuit-Spült, Spülen-Ess-Pott Gott, kein Wurst, gleich los, so stoppen!